gerade die blie ja ja was waren wir hier sylvanas wieder nicht so stark eigentlich jawohl ja mach mal oder falls das oder falls das wäre sogar sinnvoller in den tempel was auf der rest wir haben ja noch ein bisschen also ich bin ja jetzt bereit eine grundsatz diskussion anzufangen und ich sage es ist mir scheißegal das habe ich eben gespielt wieder für das pick ja wenn sie nicht jetzt den variant banden sollten ja die haben immer noch mehr angst vor samuro wir werden ein neues schicksal schmieden ich du 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 jetzt bei den berg und an tanya ja ich habe erst dann ist mir aufgefallen wie auffällig ich wollte zu schnell zurück dingern dann habt ihr beide sofort ja was machen wir etc ist auch schon mal raus wie was mit mal furion ja was hat der rest mal furion oder auriel würde ich sagen na dann eher mal oder ich würde auch sagen eher mal bei kälter das ist ein band und dann das rot fällt mir schon kacke hoffentlich gibt es keinen tag ist für die kann passieren dann müssen wir den fokussen ich glaube dann nehme ich waller da wird ganz tief in die meter kiste gegriffen ganz tief zu tier 3 ich habe gesagt rega ist nicht mehr gut müssen wir eigentlich wieder buffen und zwar müssen die dass er wieder so krass buffen dass er wieder mega op ist ja das nicht aber damit er wieder einfach nur eine sache ändern das ist die müssen ihm seine ulti wieder geben auf sich selber mal so kannst du jetzt nur noch der ist eigentlich ein mili heiler du kannst aber eigentlich gar nicht mili sein weil ich selber nicht heilen kannst das heißt du musst eigentlich immer hinten rum tänzeln das ist eigentlich gar nicht gedacht das war die mit astmodan und murky spielen btf das ist so eine gruppe die haben sich gerade im chat getroffen die genji quest ich sag dir die machen ehe pushen ok wird die ganze zeit top pushen split push top und mitte und astmodan drückt bord alles ein mir schon vorstellen dass es hart wird ehrlich gesagt für die die länden faser werden wir probleme haben aber dann teamfights geht's auch wenn die echt teamfights machen werden sie doof werden die ganze zeit ja bei den tempels muss man ja muss man nicht ich glaube die pushen einfach weiter tempel hin oder her der tempel öffnet seine tore in zehn sekunden aber eigentlich haben wir schon die bessere truppe das wird schon die sind am auge vorsichter tanz Nix. Der hat ja gut einen Facetrack. Wollte ich noch nicht das Auge überlassen. Murky, Bot. Ja, ich hatte Kugus nicht vorbekommen. Ich glaube, man sieht die lebende Bombe ein bisschen schlechter, ne? Mit dem Skin, kann das sein? Man hat die gerade nur so ein bisschen schimmern gesehen beim Brennen. Weil der Asmodan bombt auch hier auf die Botlane. Ah, Jane ist bei mir. Ja, die Bombe ist anders aus. Wir denken dasselbe. Na gut. Gut. Hier wurde schon mal bei. Bleib drauf. Hmmmmmmmm. Wollen wir hier in der Mitte bleiben? Wir sollten alle zusammen. Nein, die wird verfehlt. Warum sterbe ich so hart? Jawohl, jetzt muss ich mal weg. Ich kann die Leider nicht tippen, ich muss weg. Ich habe 100 HP. Warte. Jetzt kannst du weg. Ich komme auch wieder hoch. Oder soll ich hier unten helfen? Nein. Bitte. Was? Das einzige nervige ist, dass der Asmodan hier unten immer reinbompt. Oh, jetzt ist der Riga hier auch. Okay. Jetzt ist auf Johanna hier. Nein, im Zundron. Denkt an 4,20 Hardcamp. Am besten Kälter und Kälter. Das kann ich mitmachen. 4,20 im Camp sein oder 4,20 losgehen? 4,20 hast du das Camp gemacht oder nicht? Ja. Ja. Vorsicht, Jaina kommt hoch. Warte, Hans, Vorsicht. Okay. Also 4,20 ist zweit das Camp machen. Freut mich dann hin. Ich danke euch, Heiler. Alter, jetzt ist der Asmodan hier drin. Kurz Pool. Warte, dann komme ich jetzt runter. Nee, Camp machen. Okay, wir haben euch jetzt Camp machen. Okay, wollt ihr beide das machen, dann bleib ich hier. Ja, ich muss noch nicht tappen, ne? Ich muss jetzt tappen, wenn die Tempel losgehen. Okay. Wir machen auch Hardcamp. Wir sind nämlich nicht mehr auf der Lane hier. Warte, dann zurück. Sag mal, ich tappen soll. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Noch ein Weg. Oh. Ich fahre. Was gekriegt. Moki, push, stop. Boah, Nihil. Egal. Ich fahre zurück. Unten pushen. Oh, hier ist Möcke's Ei. Ach, verdammt. Die hatte nix mehr, die Joanna. Ja, bleib mal hier. Einer muss das tanken. Oh, das war nicht so gut hier. Koordination. Oh, mega, so. Ich geh mal besser weg. Oh, das ist so. Das war, das hat Blinkziel. Ich brauche E-Mana. Nein. Oh, Moki splitpushed. Nee, Moki. Atme, ich. Ich geh mal hin. Ob du grab. Wo soll ich runterflopfen? Soll ich runterkommen? Nein, 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 nein. Mach top, mach top. Boah, der Bot vorwärts verloren. Mitte übrigens auch an Moki. An Moki und Atanis. Äh, teuerlich. Ach, ähm, erstmal warm. Lass die abfarmen. Komm mit der her, hinterher. Weißt du mich? Nein. Nein. Also nur Moki kommt dann oben. Oh. Schnell. Okay, hol top. Ähm, links. Top, top, top. Bin ich schon dabei. Komm, lass dir den Schwein holen. Lass die kommen und dann weg. Timo? Ja. Ja. Beide nicht so gut zu bewegen tanken. Ne, glaub du. Jotten-Ding. Jena ist da. Ja. Bleib da, bleib da. Ey, lass es nicht so leicht. Ich bin fast tot. Ach so. Ich bin tot. Dann geh noch nicht. Oh, Octograb. Fuck. Na, gebäudetechnisch ist gleich auf. Wenigstens, äh. Ich wollt grad sagen, wenigstens konnten wir gleich ziehen jetzt. Mach das easy, Cam. Die Magie meiner Tenten versiegt. Geht! Soll ich das, äh... Wo hast du Tenten machen? Ne, oben, oben, Deffen, oben, Deffen. Der Moki hat sich das eh schon gegönnt. Ein glorreicher Sieg. Jawohl. Sturmwinds Licht. Einer beim Boss gucken. Alle zum Boss. Kann man sagen, jetzt müssen wir lieber alle gucken jetzt. Das ist niemand am Boss. Aber kann sein, dass wir jetzt von dem Easy da rüber gehen. Lass uns die jetzt mal versuchen, äh, zu drecken. Die Zeit zu suchen. Ja, hier sind sie. Und fight. Komm. Geh auf Jaina. Ich bin tot. Komm Jaina. Ich sag nur, es sind zwei von uns tot. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ken. Wir konnten ja einen Teamfighter verlieren, einen war da oben. Um bist gut und zu das. Ja, ich hab auch nicht mitbekommen, dass unser Funkelchen tot war. Doch, in der Jaina halte. Und dann mit tier 1ido Thompson. Ich hab прекрасes comparative funktioniert. Oh nein. Und wo ist ein Bot-Tempel? Haben alle Bot-Deft. Morki in der Matte. Der Morki hat echt Fripe-Skill. Dann sofort zum Bot-Tempel. Und dann versuchen wir mal Schüsse zu kriegen. Wir kämpften gemeinsam. Ja, sind aber Talented. Ja. Wir müssen eigentlich deutlich stärker im Teamfight sein. Denkst nach vorne. Komm, recken jetzt. Wecken, recken, recken. Ja. Mann, immer das Schwanern. Zurückziehen. Morki. Was kommt der denn her? Ist doch irgendwo das Ei, oder nicht? Morki, die waren... Kann ich das machen? Ja, die vorne direkt. Wollte ich grad sagen. Ich mach unseres alleine. Wer ist da hinten dabei? Wenigstens haben wir noch das Keep. Unser Hardcamp. Ja, Morki hat Bribed, ne? Wir sollten die Keeps immer... Äh, Keeps, die Camps immer machen. Ja. Diesmal tappen, oder auch wieder warten? Ne, ne. Tappen diesmal. Ah, guck mal. Hier ist er. Schon, ja, ja. Wollen wir die alle Mitte recken? Wollen wir mal Mitte fighten? Können wir machen. Können wir probieren. Habt ihr Ultis alle? Ja. Ich hab Ulti, ich hab ja keine, aber ja. Ah ja. Und Phoenix, geh du mal auf den Tempel in der Mitte? Mal so, als ob wir da haben. Mach das, ich mach den Lockvogel. Genau. Wir müssen direkt versuchen, Jaina irgendwie... Ja. Na, vor allen Dingen los gucken, was ich in der Ulti drin stehe. Na komm. Ja. Es geht los. Slow. Da ist der Tappel oben in die Tappel Schön Das so habe ich mich vorgestellt Möcki ja Ich brauche einen hier oben Ich komme hoch Ich komme hoch Beineberg genau verteidige mal Botkeep kommt eine Welle Möpse Ja ich muss gerade dem Octo Grab ausreichen Du musst hier oben alleine machen Ja genau komm mal mit hier Die sind vor uns 20 ne Just saying Ja Das Licht Verblasst In meinen Tempel Doch bald Wird es wieder Okay Lass sie mal drücken hier Aufm Keep Ich bin aber nur zu fort ne Ich komme Ja das Warten wir auf meine Welt Ja die sind auch nur zu fort Möcki pusht weiter bei uns No mach die kem Wir müssen gleich unten sitzen So gut wieder Okay Bin da Okay zurück zurück Ich muss nur unten denken. Ja. Bitte auch. Ah, der Asmo da mit seinen Pets auch ständig. Mali, dat is risky. Ja. Cool. Wir werden bestimmt ihren Boss machen. Glaube ich nicht. Jetzt sind wir echt mit Problemen. Wir müssen die ganze Zeit defen gegen die, ne? Wir lassen den Boss gehen. Die Line, Orden. Tanks nach vorne. Ne, machen wir den jetzt, oder? Oh, hier sind alle drin. Ich muss nur raus. Ränder geht. Ja, komm. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, GG, ne? Was? Link. Ja, komm. Hjana? Vorsicht Jana? Huuuuuuu. Johanna? Jawoll! Stellt euch bitte drauf! Ich hoffe nicht, dass sie das Wing jetzt testen, ey. Muss ganz dringend hier weg. Ja, deffen, deffen. Phoenix, deffen. Zu den Waffen. Ich geh top, Tempel jetzt. Ah, ich geh auch mal nach oben, glaub ich. Moki bribed wieder unsere Easy-Camps da unten. Kerle nach oben. Ich glaub, einer muss deffen. Der Moki, der pusht auch auf unser Core. Okay. Der Moki pusht Core. Ich deffe. Ich deffe. Schaff das alleine? Schnell genug? Ja, muss man. Der Core geht down. Muss nur deffen. Mehr muss ich nicht machen. Oh, schönes Schweinchen. Oh, oh, blockt mich! Boah ey. Sehr gut. Sie ist aber auch heute Tag des knappen Games gönnet sein. Ja. Stopp. Da ist ja so ein Trollteam ey. MVP. Ja, aber Doppel-Spec ist echt gut. Aber in jedem Teamfight haben wir die eigentlich gereckt, bis auf den einen, wo da irgendwie alle in Ring of Frost standen. Ich glaub das waren gar nicht alle. Nur Mali ist dadurch gestorben und ich bin halt... Ich stand da ja auch mit drin. Ich stand da auch mit drin. Ich stand da auch mit drin. Ich stand da auch mit drin. Ja, ist auch ne ziemlich krasse Combo ne? Johanna zieht zusammen und Jaina Asmodan Regen rein beide. Puh. Aber danach hab ich aufgepasst, dass ich halt nicht mehr in dem Frostring stehe. Dann geht das. Mhm. Dann kann ich euch auch direkt heulen. Ja, so schlecht waren die nicht. Ich fand den Rega nicht so knaller, aber der Rest war eigentlich ziemlich gut.